hallo hier ist martin von money monkeys das die dachsanalyse für nun dienstag den zweiten elften 2021 und den monatsauftakt hat unser dax hier gut gemacht ist hier sauber vorgeschwommen alle anderen sind hinterher getuckelt und damit sagt also eigentlich ist der nikai von her geschwommen der hat es glaube schon mit 2 2,5 prozent oder so rein eröffnet als bei unserem dax die startglocke geschlagen hat und dann hat es ihn auch noch über die 15.800 stellen können damit auch über unseren long trigger und somit hat er erstmal oben das ausgespielt wir haben eigentlich keine schwäche gesehen wir haben einen kleinen rücklauf drin gehabt das ist soweit aber ok der hat sich bei vertretbaren niveaus wieder hochgedreht in dem sinne sieht das erstmal ganz gut aus wir hatten den ausbruch wir haben jetzt den pullback wir sind jetzt auch deutlich über eine mögliche fünfte welle drüber das heißt das was mir vorher gesagt hat mit 1 2 3 4 5 und jetzt abc das wäre damit dann auch nicht mehr der valide also dass man das zurückstellen verwerfen müsste und so weiter und wer ist jetzt über dem long trigger wir haben gemerkt unten am shot trigger hat sich auch schwer getan turn around tuesday steht an da sollte man schon ein bisschen aufpassen wenn schwäche rein kommt aber ich muss auch eines ganz klar sagen am turn around tuesday hauen gerne welche gegen die bewegung freuen sich dann wenn ich dann sage macht es doch nicht passt auf hatte doch wenigstens ab besser umkehrt dann sagen sie immer so ach warum und wieso klappt doch eh ohne ohne risiko begrenzung und irgendwie einfach nur dagegen und dann klappt es auch dann stehen sie groß im gewinnen und freuen sich aber es gibt auch diensttage da passiert das einfach nicht und deswegen sage ich oft immer beziehungsweise sage ich eigentlich immer wartet halt auch wirklich wenn ihr ein turn around anspielen wollt und ihr denkt dass der markt das macht wartet halt auch wirklich ab bis der wirklich auch schwäche anzeigt hat man besser wirklich auch nach unten durchdreht weil wenn ihr das jetzt hier schaut die kerzen ausprägung kerzengröße kann man eigentlich sagen der kann mit einem mit der kann schon am dienstag neues allzeit hochsetzen das ist das ist ein katzensprung es also es ist ja ein katzensprung bis da oben ran wenn er da noch 50 60 punkt aufwärts gibt rein bringt dann hat er 150 punkte noch vor sich das wäre leichtes naja und dann kann der auch durchaus da eben bisschen durchziehen er muss dann da nicht erst mal groß zurück der muss auch keine gravierenden rückläufe machen das bleibt alles so wie wir das gestern besprochen haben der kann da ich jetzt laufen da muss man ein bisschen aufpassen auch wenn gibt es offen bleiben das haben wir aber gestern soweit alles schon besprochen haben so dass ich ihm dann oben auch zumindest erst mal bis sondern 40 hier platz geben lassen würde aber eben auch darüber hinaus und wenn ihr das so sieht wenn ihr um euch guckt und alle flacken da nur blöd short gegen und ihr seht nur grüne kerzen dann würde ich dann nicht unbedingt auch short probieren halten sondern den eher noch weiter oben austoben lassen wenn er dann irgendwann eintritt und wieder richtig schwäche zeigt dann kann man immer noch versuchen short anzusetzen aber stand jetzt ist erstmal die schadlage positiv wir hatten ja auch darüber gesprochen dass es vielleicht auch zu offensichtlich ist zu grün zu eindeutig alles und dass man eben genau hingucken sollte wenn er dann unter der 700 nach unten treibt dass man dann eben auch shorts probieren kann das ist aber gar nicht eingetreten der ist von anfang an nur oberhalb notiert und damit hat er sich um ganz gut rausgewühlt hat auch als hat eigentlich war ordentlich durchgestoßen dann oben zur seite das ist eigentlich auch sehr typisch für einen bullenmarkt und ein weiteres aufwärts gäbe wäre jetzt hier auch nicht groß gravieren verwunderlich ja so dass ich da jetzt erstmal dranbleiben wird er auch auf tagessicht jetzt hier ich glaube da war gar nicht zu großartig untergeordnet reingucken auf tagessicht hier schon sagen wird er weitere hochs mit einplanen richtung 949 solange wir keine markante schwäche sehen solange wir keine fetten roten kerzen sehen die gucken auch gleich noch untergeordnet rein wo das begrenzt mir ist nun wichtig dann noch mal ein bisschen diesen diesen blick für zu schulen dass er eben hier nicht nach ein zwei drei punkten jetzt nach unten umdrehen muss halt ne also da tut euch wirklich den gefallen wartet ab bis ihr wirklich auch roten saft wieder im chart drinnen seht bis ihr seht dass der nervös nach unten schrubbt und einfach zapplicher wird ne unruhiger wird solange der so ruhig bleibt wie der jetzt am montag gelaufen ist wenn er das zum dienstag durchstellt dann kommt da kein turn around halten dann dann schiebt er sich bis tages ende einfach noch weiter nach oben insbesondere wenn alle jetzt den turn around haben wollen na in dem sinne da ein bisschen aufpassen wir gucken jetzt mal untergeordnet rein wo jetzt hier die nächsten punkte liegen denn es sind ja schon ein paar kleine stationen noch vor uns oder auch nicht die nächste ist tatsächlich dann erst die 940 unterhalb könnten wir sagen könnte er hier noch mal eine flacke wegdrücken das heißt wir würden per se erstmal unter 67 ein kleines verkaufssignal kriegen wenn er wenn er da jetzt runterläufen müsste aber in dem bereich um 730 bis 710 dann deutlicher aufpassen zum einen wäre das so eine etwa verlängerte flacke könnte das hier noch mal eine kleine flacke sein als auch dann hier der rücklauf auf das gap das heißt wenn wir unseren dax ein bisschen schwächer rein notieren sollte man ihm also ich sag mal schon wenn der früh rein startet und der der notiert unter 800 dann kann man dann kann man sogar schon an den rücklauf rand traden in ganz kurzfristigen bereich versuchen unter die 67 zu kommen unter der 67 ist dann die 37 bis 7 10 erstmal eine sehr sehr gute unterstützung und von dort hat er auch noch mal sehr sehr gute karten einfach nach oben auch wieder aufzudrehen das heißt solange er oberhalb von 700 bleibt ist erstmal die chartlage die jetzt auch positiv und erster runter würde sich das dann deutlicher eindrehen also auch unter 670 und dann würde auch ganz schön stress wieder reinkommen wahrscheinlich in den markt und dann gehe natürlich shorts auch leichter von der hand wie jetzt hier oben wenn das viel stärke zeigt aber trotzdem ein bisschen im blick behalten unter 800 kann er probieren das als als flacke aufzuziehen das heißt er würde dann die 37 reinlaufen das sollte man ein bisschen auf dem radar haben alles oberhalb von 800 würde ich aber sagen lassen wir erst mal machen nächste station bestimmt so im bereich um 98 900 und dann auch schon die 49 das wäre dann auch nächstes größeres ziel an dem man sich auch deutlicher ab reagieren kann auch noch mal auf die 820 zurückkommen kann das eigentlich eine schöne zone hier oben da liegt auch einiges also da kommt einiges zusammen das ist zum einen der alte channel das ist zum anderen eine wichtige horizontale unterstützung fibo projektion landen dort also das schon das ist schon gut ballett so dass der bereich gut reagieren kann aber guckt euch auch anhalten also wenn da keine reaktion kommt und der schneidet dadurch wie butter dann muss man sich dann nicht dagegen stellen weil dann rennt er gleich durch bis zu 16.000 na aber so wie er jetzt steht ich sag mal wenn da auch ein auf aufwärtskipp kommt und wir dann nicht irgendwie rote fette gefährliche kerzen reingestellt kriegen dann lassen laufen 890 900 das nächste stopp und dann 49 die ist mir recht wichtig oben auch als ziel ja und wie gesagt sollten wir unerwarteterweise eher unter 800 uns in den start reinbegeben wäre das so ein kleines achtungssignal dass da eine flagge vielleicht draus werden soll noch hier und der wird einfach noch so ein zweiter schuss nach unten fehlen einmal kurz nur das tief drunter und wenn das dann gekauft wird schnell nach oben zieht ist eigentlich auch schon klar weil dann ist es nur eine bohlen flagge und dann löst die nach oben auf und gibt die nächsten punkte frei also müsste schon deutlich drunter gehen und hier wirklich unter 37 unter 7 10 dann auch noch weiter abwärts zendieren und wieder unter die 700 runter dann dann wird es wieder ein bisschen interessant auf der unterseite solange da drüber bleibt und insbesondere über 800 bleibt ja der vorteil auf der oberseite zu suchen ja mehr braucht man kann nicht sagen das ist es das sind die punkte station die hier wichtig sind und von daher gucken wir einfach handelt handelt was ihr seht stellt euch nicht zu quer und man kann auch shorts punktuell rausnehmen das haben wir schon seit 600 auch erzählt und wenn man dann merkt dass doch wieder ein bisschen mehr schwächer reinkommt in den markt das einfach wieder ein bisschen unruhiger wird dann noch mal rausnehmen wir haben jetzt statistisch starke monate vor uns dem montag hat das jetzt auch erstmal bestätigt das heißt natürlich nicht dass das jetzt dass man hier all in long rein muss und nie wieder irgendwas fallen kann das das ist natürlich auch klar wir wissen das nicht da kann natürlich übermorgen sein dass hier auch keine ahnung in china sonst was umkippt halt nicht bloß in sack reis sondern keine ahnung was es kann immer alles passieren aber wenn wir nach charttechnik traden versuchen wir so ein bisschen den den die die wahrscheinlichkeitsvorteile einfach auszuspielen denn die musste einfach vorgeben und das abzugrenzen und man die zunahrein abzugrenzen dass wir wirklich klare kanten festlegen wo wir sagen also okay über den kanten hat der markt hat noch einen vorteil in die einrichtung unter einer bestimmten kante lässt man ihnen wieder ein bisschen luft zum atmen ein bisschen risiko guckt sich bestimmte rücklaufbereiche an wie verhalten die sich und je nachdem wie die sich verhalten kann man sich dann entweder positionieren und aufspringen lang mitgehen oder dann auch einfach auch langs abbrechen man merkt ja der spielt nicht mit dem macht es nicht verarscht hat vielleicht doch bloß die leute verarscht hier zum monatsauftakt das ist grundsätzlich alles möglich aber wichtig ist das zu handeln was wir sehen und da würde ich jetzt so rangehen oberhalb von 800 bleiben versuchen in die 900 rein zu handeln in die 890 bis vielleicht sogar 49 also in die richtung und wenn ich den unterhalb von 800 sehe würde ich mich mit lang ein bisschen zurückhalten und erst mal angucken wie kommt das neue tief und wo kommt es neu tief und wie wird es nach oben gekauft und wenn dann aus dem bereich eine fette grüne stundenkerze nach oben schwirft dann kann man da auch nochmal lang dran packen das geht auch dann kann man trotzdem sind die oberen ziel rein töten ja und wenn das nicht hält gut guckt man sich die nächsten tage an und dann kann man hier unten auch wieder short suchen aber so weit ist es noch nicht okay gut also video aus viel erfolg und wie gesagt handelt was ihr seht versucht euch nicht im kopf irgendwie zu argumentieren ob das richtig ist dass es steigt oder fällt das muss uns egal sein als trainer wir müssen das nehmen was kommt und das dann auch bedienen und begleiten ja das hilft uns nichts wenn wir irgendwelche nachrichten daneben legen und sagen das kann eigentlich gar nicht sein was hier passiert das hilft uns nicht dass das bringt einfach nichts okay dann viel erfolg gutes klingen und bis morgen tschüss röckel 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 röckel